Was, bitteschön, ist denn das? Was könnte das wohl sein? Eine Wurst! Eine Wurst! Nee, keine Wurst! Zu welchem Schlachtag gehst du denn, Lilly? Nee, keine Wurst! Was könnte das wohl sein? Ein Lille! Das wird ein wunderschönes Herz. Da kommt aber noch etwas hinein, nämlich so etwas. Schaut mal. Was könnte das denn werden? Eine Maus! Eine Maus! Eine Maus! Ganz genau, da kommt ein ganz, ganz kleines Mäuschen rein. Zeig dir doch mal, wie das aussieht. Hier ein Mäuschen, ganz im Kleinen. Und das kann man hier oben. Das wird kalt. Dann machen wir ein Herzchen mit einem Mäuschen. Darf ich Ihnen das wohl schenken? Ja, das, das. Ja, das, das. Geht das? Ich danke Ihnen. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein.